Achtung, hier geht es um ihr Geld. Verbraucherschützer und Computerexperten warnen vor einer neuen Welle von Phishing-Mails. E-Mails, die sich als Anschreiben von Banken oder Händlern tarnen. Ihr Ziel, geheime persönliche Daten von uns abfischen. Vor allem Zugangsdaten fürs Online-Banking. Deshalb auch das englische Fachwort, zusammengesetzt aus Passwort und Phischen. Phishing. Die Betrüger wollen uns ausspionieren, haben es schlichtweg auf unser Erspartes abgesehen. Aktuellstes Beispiel eine Benachrichtigung der Commerzbank an ihre Kunden oder vom Ebay-Dienst PayPal, diesem Zahlungsabwickler fürs Shopping im Internet. In beiden Fällen haben die wirklichen Firmen damit natürlich nichts zu tun. Betrüger haben lediglich die Firmenlogos geklaut und dann wird in den Mails ein Datenabgleich gefordert. Geben Sie dort Ihre Zugangsdaten für Online-Banking oder für den Internetdienst ein, dann sind Ihre Konten, also Ihr Geld, akut bedroht. Die Verbraucherschützer warnen auch vor betrügerischen Mahnungen von Online-Shops, Rechnungen für Einkäufe zu begleichen. Zum Beispiel angeblich von 1&1, dem Telefonanbieter, oder von Foto- und Technik-Shops. Wie kann ich mich vor dieser Bedrohung schützen? Grundsätzlich gilt einfach mal Passwörter oder Pinnummern, Tannummern von der Bank nicht an jemand anders weitergeben. Das würden Sie auf der Straße nicht machen. Warum also im Internet? Andererseits, viele von uns haben sich ja auch so eine tägliche Routine angelegt, gerade was das Lesen von E-Mails betrifft. Und was auch nur einen Hauch von dieser Routine abweicht, was verdächtig ist, einfach gar nicht anklicken. Oftmals haben es die Betrüger noch nicht mal auf unser Erspartes abgesehen, sondern einfach darauf, den Computer zu zerstören. Klicken Sie also diese Mails an, da hängen dann unten irgendwie so kleine Datenanhänge dran. Dann ziehen Sie sich wahrscheinlich einen Virus auf den Computer, der Ihnen und vor allen Dingen dem Gerät kräftig schadet. Haben Sie jetzt Angst oder auch Fragen zu diesem Thema, dann können Sie das klären auf einem Internetportal der Verbraucherschützer und des Bundesverbraucherministeriums mit dem Namen Fishing Radar. Fishing mit PH.